Hi Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Teil in meinem Aquarientagebuch über meinen Cubikos. Ja, es hat sich wieder mal ein kleines bisschen was getan, positiv wie negativ. Positiv, meine Clowns haben wieder eine neue Anemone gekriegt, die sich, ja okay, sie ist jetzt nicht strahlend rot, aber sie scheint sich zu halten. Also die anderen Anemonen, die ich hatte, haben sich jetzt in der Zeit, also die ist jetzt knapp anderthalb Wochen drin, schon teilweise zurückgebildet. Die bildet sich jetzt, wird eigentlich von Tag zu Tag immer größer, so wie es sein soll. Ja, freut mich natürlich. Natürlich schade, dass sie nicht ganz so rot ist wie die anderen, aber okay, es geht sich erstmal darum, dass die Clowns hier eine Anemone haben, da sie ja in nichts anderes reingegangen sind. Das war wirklich ein Trauerspiel, das sah ja nicht so toll aus. Ja, das nicht ganz so Tolle. Ich betreibe hier mal wieder eine sehr erfolgreiche Glasrosenzucht, wenn man hier mal so schaut. Unter anderem habe ich auch grüne und rote Cianos im Moment wieder drin. Da bin ich jetzt am Gegensteuern und zwar hole ich mir jetzt das dritte Salz in mein, ich sag es mal, Portfolio rein. Und dann arbeite ich mit zwei verschiedenen Salzen im Wechsel. Einmal von Forno Marien und einmal von Columbo. Jetzt wird, nächste Woche wird der dritte Salz mit dazu kommen, das ist dann von Red Sea. Dass ich dann in regelmäßigen Abständen immer verschiedene Salze reinpacke, um, ich sag jetzt mal, das Defizit, was man mit einem nur, wenn man nur ein Salz braucht, versuchen auszugleichen. Weil das Becken braucht viele verschiedene Sachen. Daher dann auch die Aktion, verschiedene Salze zu nehmen. Ja, was sich auch noch verändert hat, wie man hier hinten sieht, Schrimmungspumpen sitzen jetzt da hinten und zwar beide übereinander und blasen ins Riff rein. Beide gekoppelt zueinander und arbeiten im Else-Modus. Man sieht hier unten teilweise auch, dass es ziemlich abgeht. Was natürlich schön ist, ich habe hier in der Mitte eine kleine Ruhezone, wo die Euphilias sitzen. Und hier unten die Röhrenkorallen, die Double Color von mir. Was ich leider nach hinten setzen musste, weil genau hier unten drunter, da saßen ja meine Trikolor. Die sitzen jetzt da hinten im Riff. Die hat es da vorne weggeblasen, also die haben kaum aufgemacht. Wenn man jetzt hier mal schaut, die Favia, wie die Tentakel rauskommen und wie das dann alles aussieht. Also es ist ziemlich viel Strömung da vorne. Das war auch Sinn und Zweck der Sache, weil oben meine SPS, also die stehen von der Farbe her, stehen die Klasse. Einmal was passiert ist, da hinten meine Enzmann, die ist runtergefallen, abgebrochen. Da ist ein kleines Stück von abgebrochen, das sitzt jetzt hier. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, was sich weder gut noch schlecht entwickelt, ist hier die Akko. Die ist einfach nur da. Da kommt nicht wirklich was. Aber pauschal gesagt, alle anderen SPS, wie hier oben auch die Milka oder hinten die Hornkoralle. Ganz zu schweigen von meinen Montys hier, von den drei Stück. Die sind auch alle sehr, sehr gut dabei. Also, wie sagt man hier bei uns im Bereich? Ödlöp. Ja, wie gesagt, kann mich erstmal nicht genug beschweren. Muss jetzt halt gucken, dass ich die gegen die Glasrosen wieder angehe. Komischerweise, die letzten habe ich mit dem Mittelchen von Rezi bekämpft. Und hat da eigentlich auch gedacht, so das Thema ist jetzt durch. Ja, und auf einmal habe ich im ganzen Becken wieder jede Menge Glasrosen an zig verschiedenen Stellen. Also, ich werde mir dann wohl wieder einen Fressfeind da reinholen müssen. Eine Wundermanni. Und die im Auge behalten müssen, weil die letzte Wundermanni ist dann ja an meine Ackerns rangegangen. Aber das ist von Tier zu Tier unterschiedlich. Die eine macht es, die andere nicht. Also muss man im Auge behalten. Ja, das zum Überblick dieser Woche. Gleich im Anschluss noch ein paar kleine Impressionen. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Teil. Euer Walper. Euer Walper. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020